Hallo Leute, heute will ich euch einen YouTube-Kanal vorstellen. Als erstes mal die YouTube-Kanäle von zwei Freunden von mir. Zum einen North Ronan aka Kenny, ein Deutsch und Isländisch-Lerner aus den USA, beziehungsweise aus Florida. Und zum zweiten, Bartization, also known as Bart. Das ist ein Niederländer, der lernt Polnisch und Litauisch, aber hauptsächlich Polnisch. Und ja, die beiden und ich haben also einen sogenannten Podcast, wenn man das so nennen kann, ins Leben gerufen. Wo wir einfach über alles mögliche labern, also allgemein über Sprachen, Sprachen lernen. Also einfach über alles, was mit Sprachen zu tun hat. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Also wenn ihr an solchen Themen interessiert seid, dann dürft ihr das auf keinen Fall verpassen. Und ansonsten war es das. Einfach hereinschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.